hier ist der mai heute das erste mal mit mario hier auf diesem platz in mark und schön hier noch der fluss mario mag ja was er so gerne hier die berge hier noch mal die berge und da hinten der fluss was fehlt ist ein grill und ein paar mädels die mit uns mitspielen wir zog ein kleines 1 1 bis 16 wir sind nicht aufgewärmt daher erwartet nicht zu viel aber vielleicht habe ich hier auch eine chance gegen mario weil es ist ein neuer korb für ihn aber mario darf ja nie nirgends unterschätzt sich werfen wir uns am ball übrigens noch mal hier werbung der nonane ball 22 euro mega ball mega ball mega ball geiler ball für den preis ja ach komm alter scheiß mal ach jo ich glaube der erste wieder muss ich checken das muss ich checken der gute alte mitmachen das macht grispo und gar nicht dauer das ist aber nur ein punkt ja ja ohohoho sehr gut 2-0 2-0 sehr gut bis 16 das war ein kick ja schau her schau her das darf ich bei ihm nicht machen mit der linken Hand nimmt er weg den 2-1 so schlecht ist nimich verteidigt Ah! Noch ein, ja. Komm! Vier, oder? Ja, vier, drei. Jochen, die lachen. Ja. Das ist schon echt. Oh, du hast nicht geglaubt, hast du das Ding, du hast nicht geglaubt, boah, ich ziehe Ich ziehe ihn eh nur noch, weil er weiß, ja das ist, was du willst, du ziehst du hoch, für mich kannst du ja gleich das Kopf Schön verteidigt, die Arme, seit übrigen 27 Grad, das ist ganz schön heiß Schön Defens, da sieht man mal wieder, dass ich eine Woche lang nicht gespielt habe Wir haben doch gestern erst gespielt, ja aber nicht zu Ende Könner Ball, gell? Ein paar Euro mehr, ich würde sagen Jetzt fahren wir, das wissen ich, stecken wir Aaaaah Boah, der wär's gewesen Da kannst du nichts machen, da kannst du nichts machen A4, oh Scheiß Ich hab 5 B3, weh 1 Defense darf nicht, darf sie nicht schenken Hey, 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 hey. Come on. Kleines Backpolls! Kleines Backpolls! Was musst du machen? 11 12 2 Da denke ich, ich habe es drauf. Ich habe es nicht drauf. Habe ich 11 oder 13? Ich habe 11! Gute Fünf! Gute Fünf! Hau! 11, Zehn oder? Ja! Ich glaube du hast 11, nicht dass du 13 hast. Gein Ding. Sehen Sie dann ope. Ich sehe mich fast total mit Links-Rechts. F-Ball. 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 Dann kommt es so leicht hin. 12. Ah, soll ich. Schau, kannst nichts machen, kannst nur Foul. Ne. 13. Der war fast. Der war fast. 15. Fuck! Fertig ist gut. Oh Gott. Wir erholen uns ein bisschen, zocken gleich danach noch eins. So schlecht war das gar nicht. Ich habe viele Fehler gemacht. Die 3-Quote ist vielleicht bei 50%, aber nur vielleicht. Ich hatte die Chance, ich hatte die Entscheidung. Was würdest du machen, was würdest du sagen? Gute Spiele, gute Reihe, gute Blocks. Leider kleinen Dank von mir. Deshalb habe ich dir den gelassen, damit du den Dank machst. Aber nicht, weil das macht ein bisschen Show. Oh Gott. Die Pumpe leckt mich am Arsch. Aber ansonsten bin ich eh glücklich. Tut nichts weh. Keine Bandscheibe, kein Fuß, kein Bänder, kein Knorpelschaden, Schmerz gerade. Was willst du mehr? Was willst du mehr? Aber hauptsache nicht jetzt zum Beginn des Sommers verletzen. Das ist das Schlimmste, was jetzt passieren könnte. Der Rest ist eh wurscht. Und das Schöne mit Mario ist immer das Betteln. Das regelmäßige Betteln. Ey, da wirst du einfach fit. Da wirst du fit. Der hat sich nicht von einem Mal für das erste Gamewitz. Weißt du das immer? Mehr regelmäßig, dann kommst du wieder auf ein anderes Level. Alles, viel per geben, eure Meinung. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank Mr. Mario. Danke dir auch. Ja, bis. Danke, bis. Richtig schönes Wochenende. rigimärmärmärmärm. k